Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter vor Acht. Die größte Kälte ist bei uns vorbei. Das heißt, es fließt jetzt schon langsam aber sicher aus Südwesten. Wärmere Luft heran, hat man heute im Westen und Südwesten Deutschlands auch schon gemerkt. Und diese Tiefdruckgebiete, die Sie hier auf dem Atlantik oder auch über Frankreich sehen, die schieben jetzt die eiskalte Luft immer weiter nach Nordosten. Heute kam schon mit einem Schwung hinter einer Warmfront, die auch in der Nacht noch über dem Norden Deutschlands liegt, wärmere Luft. Dann gibt es am Wochenende sogar häufig Sonnenschein, weil wir es mit einem Hochkeil zu tun bekommen. Und dieses Tiefdruckgebiet hier auf dem Atlantik wird mit der dazugehörigen Warmfront nochmal wärmere Luft zu uns bringen. Das heißt am Wochenende schon so Samstag, Sonntag 18, 19 Grad. Allerdings braucht das im Norden ein bisschen länger, bis es ankommt. Deswegen Greifswald, Freitag noch 7 Grad, Samstag dann immerhin 9 Grad und am Sonntag 11 Grad. Im Westen und Südwesten dagegen Freitag 14, Samstag 17 Grad und am Sonntag örtlich sogar 19 Grad. Denn die Luft kommt ja aus Südwesten und setzt sich dort auch zuerst durch. Also dann ist es erstmal vorbei mit der großen Kälte, die es bei uns ja in den letzten zwei Wochen gab. Zum Teil wirklich sehr heftig. In den USA ist es ebenfalls eisig und das auch schon seit gut einer Woche. Und da ist diese eiskalte Luft weit in den Süden vorangekommen. Das heißt, es gibt kein Gebirge, das die Luft aufhalten würde, wie bei uns beispielsweise die Alpen. Das einzige längere oder größere Gebirge sind die Rocky Mountains. Die verlaufen halt von Nord nach Süd. Das heißt, wird einmal durch ein Tief oder ein Hoch diese kalte Luft über der Arktis angezapft, dann wird die oft auch ganz weit nach Süden transportiert. Deswegen auch heute Mittag, Nachmittag in Dodge City in Kansas minus 12 Grad, in Austin minus 3 Grad. Wenn Sie sagen, na gut, das war ja bei uns auch ähnlich eisekalt. Austin liegt auf der Höhe von Marrakesch, also in Marokko. Ziemlich viel weiter südlich als wir liegen. New York beispielsweise liegt hier auf der Höhe von Rom. Und wenn dann so eiskalte Luft ganz bis nach Süden vorankommt, dann kann es beispielsweise auch in solchen Staaten wie Texas mal für eine Weile zumindest richtig eiskalt werden. Da bleibt die Kälte noch ein bisschen. Bei uns dagegen wird es deutlich milder. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit ein paar dichteren Wolken zu tun. Wolken der Warmfront im Norden bringen noch leichten Regen. Sonst gibt es zum Teil Nebel, zum Teil aber auch schon längere aufgeklarte Momente. Und wo es aufklart und der Wind fehlt, da wird es in der Nacht auch eisekalt. Das heißt im Süden minus 2 bis minus 4 Grad zumindest. Eisekalt nicht, aber Temperaturen im Minusbereich zumindest. Unter den dickeren Wolkenfeldern und mit ein bisschen Wind sind es dagegen meist 2 bis 6 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit Sonnenschein. Noch so ein paar Restwolken im äußersten Nordosten. Sonst gibt es Sonne, Nebelfelder müssen sich erst mal auflösen. Aber auch im Laufe des Nachmittags wird es über der Mitte und dem Osten häufig und länger sonnig sein. Von Westen kommen dann im Laufe des Nachmittags die kompakten Wolken der Kaltfront. Die bringen dann auch ein paar Schauer, die können zeitweise auch mal etwas kräftiger ausfallen. Die Temperaturen liegen aber morgen noch bei Werten von meist 4 Grad im Nordosten und bis zu 14, 17 Grad im Südwesten. Von da, wo diese wärmere Luft sich langsam nach Norden vorarbeitet. Der Wind ist überwiegend schwach unterwegs. Er kommt meist aus südlichen Richtungen. Mit den Schauern aus Westen, da lebt er auch etwas kräftiger auf. Die nächsten Tage, das Wochenende, wird es dann noch deutlich wärmer. Freitag nach Süden hin 7 Grad. Da ist die Kaltfront durchgezogen, dahinter auch etwas kühlere Luft. Und die Reste der Kaltfront, die bringen halt auch im Süden noch etwas Regen. Sonst meist Höchstwerte 8 bis immerhin schon 14 Grad. Samstag dann nach Westen hin 18, 19 Grad, die möglich sind. Im Südosten, da hält sich immer noch die kalte Luft 9 Grad. Sonst oft sonnig bei 14, 15 Grad. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017